Bonjour meine kleinen Barstarts und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute. Heute spielen wir wieder mal Hide and Seek. Ich glaube, ich brauche es nicht erklären. Jeder weiß die Regeln. Mit dabei sind Toni. Hallo. Hallo. ID Zock, mal jemand weiß. Was geht ab? Was geht ab? Dann macht er hier den Frauentanz mit dem Regenbogen. Das ist der beste Tanz, der spielt. Ach, ich finde den scheiße. Das ist der schönste Tanz. Der ist scheiße. Der ist wundervoll. Wie lange das Kämstall ist das Regenbogen. Und der letzte Kandidat ist unser lieber StoicoTV. Schönen guten Abend, meine Seife. Ich kann nicht reden. Meine Seife. Meine Seife. Ich brauche vielleicht. Ich würde mal sagen, so wie immer, ich fange an zu suchen und ihr versteckt euch. Ihr habt eine Minute Zeit und bis gleich. Tschüss, bin raus. Hab keinen Bock. Ja, tschüss. Ja, lief doch. Hau rein. Ragequid. Non? Sollen wir uns schon verstecken? Ja. Okay. Los, los, los. Hab ich doch. Und? Klein, bleib. Klein, bleib. Klein, bitch. Klein, bleib. Hey, ey. 5 IQ-Versteck, Robert. Hahaha. Hahaha. Ding ist, wo soll man sich hier echt verstecken, ne? Tja, würdest du gern wissen, ne? Hahaha. Ja, das würde ich schon, mein Lieber. Sagt dann, wenn ihr alle ready seid. Nö. Jo. Nein. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Hey. Hier kann man sich nicht verstecken. Wie? Man kann sich da nicht verstecken. Hier kann man sich nirgendwo verstecken. Natürlich kannst du dich verstecken. Ja? Ja, geh in den Mülleimer oder so. Hahaha. Hahaha. Zu Hause. Hahaha. 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 Ich bin versteckt. Pfff, ich noch nicht. Okay. Stefan, du? Äh, ich such mir grad ein besseres IQ-Versteck, aber ich habe hier nicht. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass du und, äh, ID-Zock. Hä? Ich habe so das Gefühl, dass ihr zwei irgendwo zusammen euch versteckt. Hahaha. Ne. Hahaha. Hahaha. Ich habe es nicht. Ey, Stefan, verpiss aus. Hahaha. Hahaha. Weg. Okay. Also, ich bin versteckt. Hahaha. Ich noch nicht. Moment, Alter. Okay. Ey, Junge. Du kannst dich hier nicht verstecken. Welch? Ey, man kann sich hier gar nicht verstecken, wollte ich nur sagen. Na und? Na und? Äh, ein Augenblick. Alles gut. Oh mein Gott, das ist echt so verdammt schwer. Ey, ich dachte, hier kann man rein. Nein, das geht leider nicht. Och, nö Okay, ich bin versteckt Okay, so Leute, ich fange jetzt an zu suchen Und ich habe immer noch Immer noch so das Gefühl, dass Stefan Und die Zeug immer noch zusammen sind Nee, nee, nee Ich habe es so ein Gefühl, weil Ich glaube, diese mit, oh ja, ich suche mir jetzt noch ein Versteck Du kannst denken, was du willst, aber es ist nicht so Okay, wo seid ihr? Nein, Stefan Du siehst mich jetzt nicht, ne Aber das Versteck, das ich vorher gehabt habe Da sah ich doch voll gut versteckt aus, oder? Ja, schon Ja, voll die geile Tarnung eigentlich Kamouflage wie so ein Chamäleon Chamäleon Ja, es ist echt so Ich verschmelze mit der Natur gerade Vor allem, vor allem Kamouflage wie ein Chamäleon Ja, Brudi So Aha Wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Ich bin die Kiste Ich bin die Kiste Pömpel in dein Gesicht, Junge Aber das war gut Hättest du eine andere Spritzhacke oder nichts in der Hand Hätte ich dich niemals gefunden Warum ist hier eine Treppe? Warum ist hier eine Treppe? Ich habe sowas in Urin Da hat der Robert mal wieder Glück gehabt Ich bin glücklich, dass ich Ja, dass ich nicht der Letzte bin, weißt du? Alter, Stefan Ich habe ein krasses Geschenk Versteck gefunden Irgendjemand bewegt sich die ganze Zeit Stefan ist schon down, ne? Stefan ist down, es sind auch ihr zwei Ich schlag am besten hier auf dem blauen Dach, damit du Bescheid weißt Wir haben uns denn Dings Eilizack Junge, ich habe ein 1000 IQ Versteck 1000 IQ, ungelogen Ich finde dich jetzt als nächstes Es ist, also, ich, ungelogen Auf Ansage, finde ich dich jetzt nichts Von den Verstecken, die man sich einen Junk Junken aussuchen kann Ist das ein 1000 IQ Versteck? Muss verstehen Glaube, du wirst mich sogar früher finden als ihn Das Ding ist, ne? Ihr seid bestimmt nicht draußen Doch, ich bin draußen Wir müssen drinnen sein Also, was heißt drinnen? In Junk Junction, ne? Ah, da habe ich dich erwischt Ich habe doch nicht gesagt, dass ich in der Haus bin Was, du hast gesagt Wir müssen drinnen sein Wir müssen drinnen sein Okay, ich habe dich gleich Pass auf Hier geht es auch noch rein Aha Wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Hä? Wen haben wir denn da? Junge, ich bin immer der Letzte Mit den eigentlich schlechtesten Verstecken, ne? Äh, ich finde dich Ich finde dich Wo hast du dich versteckt? Hier ist ein Infrarotgewehr Soll ich mich hochbauen und schauen? Okay, okay Das wäre doch cheaten Würdest du dann die Skyberry abbelassen Das mache ich nicht Ich würde an deiner Stelle mich beeilen Du hast ja nur noch 46 Minuten Zeit Dann kommt die Zone Hi Hast du es gesehen? Aha Aha Wen haben wir denn da? Ja Aber das war echt ein gutes Versteck Ich glaube, ich bin schon ein, zwei Mal Hätte ich diesen Umhang nicht Ja Das hat auf jeden Fall noch sehr gut geholfen Dass du auch zur Wand geschaut hast, ne? Ja Das hat halt echt ohne Spaß Ja, ja Ich habe halt selber nicht gesehen, wo du bist Deswegen Ja, das war ein bisschen Aber ja Ja gut, Jungs Okay, und ich würde mal sagen, auf jeden Fall Äh Toni Hallo Hast du Bock zu suchen? Ja Oder ID Zock oder Stefan, mir egal Na, jetzt Da habe ich der Letzte dran Also Blaze kann ruhig Ja, okay Dann würde ich mal Dann würde ich mal sagen Warte, ich brauche Ich muss erstmal Team Raus aus Junk Junction, Junge Ey, äh, Ding, Odoman Hau ab Ja, bitte Äh, KidMave hat uns angesteckt Du sagst es auch voll auf Dich auch mit Dann würde ich mal sagen Ich glaube, das ist ein bisschen, äh Das sag ich doch voll auf In meinen Videos Ich würde mal sagen Ja? Echt? Ja, dann würde ich mal sagen Ey, ich glaube, das sagt die noch von uns an Ich, ja, kann sein, kann gut sein Ich brauche eine Waffe Ne Ja, loote dir dann irgendeine Ich brauche einen Tranky Dann würde ich mal sagen Du suchst uns jetzt gleich Dann würde ich mal sagen Der Toni sucht uns jetzt Dann würde ich sagen Ich warte noch zwei Minuten Also ich würde sagen Ey, ihr sagt schon viel im Moment Das, das passt mir gerade echt nicht Also du würdest so sagen Wir sagen viel Aber du sagst dann Du sagst ja auch Ich würde mal sagen Ich brauche ein Schild Ich würde mal sagen Dass wir alle sagen würden Dass wir gesagt haben Ich würde mal sagen Halt es mal dich Und? Wenn du IQ-Tipps brauchst Dann meld dich bei mir, Odoman Ähm Also Jungs Ich hoffe, ich habe ein gutes Versteck Ich meine, das ist Das ist fast so wie Ids Versteck Bei IQ Versteck Äh, dreieinhalb Mit zwei Pfiffe Ach so weit schon? Oh ja So jetzt fange ich aber echt an zu suchen Id fertig? Ja, ja Okay Äh, Dings, warte Bevor wir anfangen Id geht nochmal woanders Ich sehe dich direkt Ach so Okay, kann ich anfangen? Äh, nein, noch nicht ganz Robert Ja, okay Von mir aus jetzt Okay Tony, du darfst The stage is yours Los Jetzt habe ich aber keine Lust mehr Oh, jetzt mach Ja, ich komme Wie wäre es mit einmal schießen direkt? Oder einmal schießen Ja, kann man auch machen Aber ich habe ja auch letztes Mal gemacht Ja, das ist scheiße Da musst du tanzen Also ich könnte schießen, Tony, ne? Ja Soll ich? Nein Er schießt halt echt einfach Er sagt aber nein Wollen wir mal mit zu wissen, ob ich das war Vielleicht war es ja Stefan Oder Stefan? Vielleicht war es auch Verrate ich nicht Äh, Motoman? Kurz eine Frage Äh, möchtest du Aiel das Vertrag kaufen? Ja, sehr gerne Ich habe Also ich kann schon mal eine Vermutung abgeben Nein, ich lache nicht wegen dir, Stefan Ich lache wegen Tony Warum schon warst der? Der war close an mir Ach so Und der hat mich nicht gesehen Oh mein Gott Ich habe 3 Milliarden IQ-Versteck Vielleicht soll ich dir mal einen Tipp geben? Oh, ich höre dich Nein Er schießt einfach Er schießt einfach Oh Mann, ich wurde gefunden Ich wurde gefunden Oh, oh Bist du in der Nähe von mir? Hey, ich habe mir gerade den Wecker gestellt Hör doch auf Ja, das war die Dinge Und mal wieder Bin ich der König der Verstecker Der allerletzte Ey, was, warte mal Warte mal, warte mal Ich finde dein Versteckenein von 10 Minuten Warte mal, warte mal Hast du Stefan gefunden? Hat er, ja Ich habe Stefan gefunden Warte, ich will wissen, wo der war Ja, ich habe mir ohne Witz da den Wecker gestellt Er hat nur 5 Uhr vor Rolex Wo war der? Hier, beim Bett Wo ist hier beim Bett? Hier Er denkt immer nur ans Bett Weißt du Immer nur ans Schlaf Tony, ich folge dir Was hattest du für einen Skin? Ich glaube ohne Joke Junge, ich komme da nicht hoch Aber ich weiß es nicht Ich glaube Du bist Ach ja 2 plus 2 ist viel Oh du Mann Hast du jetzt mein Versteck gesehen Oder soll ich das? Nein, zeig's mir mal Komm mal mit Ey Jungs Ich kenne das beste Versteck der Welt Hier bin ich Wo bist du? Ja, ich schiff hier So, guck mal hier Komm mal mit Jungs, ich kenne das beste Versteck der Welt Sollt ihr es sehen? Guck mal, ich habe mir mal meine Roomtour hier eingerichtet Ah, okay Ist das hier deine Penna-Matratze? Ja Hast du gekauft vom Penna-Gain damals? Ich habe das beste Versteck Dem würdet ihr mich nicht Ey, mach mal einen Teppich nicht raus, Junge Aua, aua So Leute Und ich hoffe es hat euch wieder mal gefallen Ich hoffe nicht Dann würde ich mal sagen Das war's Dann würde ich mal sagen Das war's Lasst mir doch mal ein Like da Vielleicht ein netter Kommentar Ihr wisst ja Ich freue mich richtig Wenn ihr mir einen netten Kommentar da lasst Und checkt auch mal die anderen Jungs Mein Clipfisher-Account ist auch dort Ah, ja, genau Du machst ja Kochvideos, ne? How to make Kugelfisch Toast in Toaster, Digga Das mache ich Toast in Toaster, okay Und ich würde mal sagen Haut rein, bis dann Tschüss